Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Letztens haben wir in unserem Stream dieses 13-Fragen-Video gesehen. Der anwesende Arzt sagte folgendes. Ich bin jetzt einen Schritt zurückgegangen, nur weil ich einen Fakt genannt habe. Und ich finde, das kann einfach nicht sein. Das ist ein Riesenproblem, dass man nicht einfach ein statistischer Fakt. Okay, es ist so, es ist eine Kummer. Es gibt bestimmt auch andere Statistiken, die dir auch was anderes beweisen. Ich würde ganz klar bitte nochmal sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Fakt und Interpretation. Und wenn ich dann oder wenn jemand anderes eine andere Meinung hat, finde ich es auch völlig okay zu sagen, sorry, aber das finde ich nicht in Ordnung. Fakten wurden da mit Meinungen auf eine Ebene gestellt und niemand griff ein. Und da bin ich vielleicht ein kleines bisschen explodiert. Wenn wir Diskussionsrunden zulassen, in denen Fakten nicht mehr zugelassen werden, weil man sie ja jetzt in dem Moment nicht nachgoogeln kann, dann sind die obsolet. Es ist obsolet. Mich interessiert so ein Scheißdreck, was Leute fühlen zu irgendwelchen Themen, wenn es um eine Sachdiskussion geht. Das ist völlig irrelevant. Aber die Leute verstehen den Unterschied nicht mehr. Ich weiß, dass ich damit gleich einen kompletten Shitstorm produziere, aber es muss sich endlich mal jemand trauen, das klipp und klar auszusprechen. Deswegen mache ich das jetzt. Body Positivity ist gescheitert und hat von Anfang an das Falsche gefordert. Und ich sage euch jetzt, wieso. Wie kann er es nur wagen, über Body Positivity zu sprechen, dieser weiße CIS-Mail? Leute, wisst ihr, ich bin behindert. Diese Prothese verbirgt im Alltag notdürftig, wie ich wirklich aussehe. Diese Prothese trage ich nur für Videos, damit nicht jeder zweite Kommentar unter dem Video ist, was ist mit seinem Auge passiert. Eine meiner ersten Erinnerungen ist, wie meine Eltern auf mir knien und versuchen mit Glashaken eine viel zu dicke Schalenprothese aus meinem Kopf herauszuholen. So hat man das für über 20 Jahre noch gemacht. Das war kurz bevor ich in den Kindergarten gekommen bin. Ich sollte so aussehen wie alle anderen, um mir zu ersparen, dass ich gemobbt werde. Aber es hat sich entzündet. Ich habe es nicht vertragen. Und dieser ganze Akt hat mich komplett traumatisiert. Für viele Jahre. Und damals ging das nur auf diese Weise. Also kein Glasauge für klein Alex. Damals dachten die Ärzte noch, mein Gesicht würde sich aufgrund des fehlenden Drucks, den zum Beispiel so eine Prothese da machen würde, einfach verformen. Tolle Aussichten, oder? Bis zur fünften Klasse wurde ich massiv gehänselt und ausgeschlossen von den anderen Kindern. Ich wurde literally deswegen verprügelt. Ich habe das für völlig selbstverständlich gehalten. Erst rückblickend ist mir aufgefallen, wie viel Scheiße ich als Kind erlebt habe. Aber was soll man machen, wenn man das Kind ist, das anders aussieht? Leute, das hat mich fürs Leben gezeichnet. Ich hätte mir damals gewünscht, dass es irgendein Verständnis auf den Dörfern gegeben hätte für Menschen, die anders aussehen. Erst als ich es dann geschafft habe, meine Panik zu überwinden, auf eine neue Schule gekommen bin und da dann ein Glasauge drin hatte, zog für mich so eine gewisse Normalität ein, weil dann sah ich nicht mehr behindert aus, sondern ich habe einfach nur geschielt. Schielen ist besser. Dann wirkt man nur noch ein bisschen anders. Und damit erwähne ich jetzt gar nicht die Demütigung, dass man mich auf eine Sonderschule deswegen schicken wollte. Und was das für mein Leben bedeutet hätte, wenn meine Eltern das nicht auch als völlig schwachsinnig anerkannt hätten. Aber Body Positivity ist nicht die Bewegung, die kleinen, einäugigen Jungs hilft. Denn Body Positivity ist nicht inklusiv. Schauen wir uns doch mal an, wo das Ganze herkommt. Gehen wir doch mal ins Internet und überprüfen das. Aha, Body Positivity kommt vom Fat Acceptance Movement der 60er Jahre. Ursprünglich ging es da wohl um soziale Gerechtigkeit, Diversität, intersektionale Antidiskriminierung. Steht zumindest auf Wikipedia so. Das hat sich aber alles ganz anders entwickelt. 2012 begann der Begriff auf Instagram bekannt zu werden. Und was daraus geworden ist, habt ihr eigentlich alle gesehen. Eine Studie der University of Nevada von 2021 sagt, Den Hashtags der Body Positivity Bewegung mangelt es an Diversität, da die Mehrheit der Top-Posts gesunde, junge und weiße Frauen repräsentiert. Plattformen wie TikTok verhindern aktiv, dass Inhalte von offensichtlich behinderten Menschen verbreitet werden. Wie viele deutsche Influencer mit einer optisch sichtbaren, deutlichen Behinderung kennt ihr? Na? Genau, weil es den Konsumenten irritiert, weil es nicht standardmäßig schön ist. Aber wie viele kleine einäugige Jungs gibt es denn, die auf so eine Missrepräsentation hinweisen können? Die Studie stellt auch fest, dass die Hashtags, die diese Bewegung umgeben, vom Mainstream übernommen und verzerrt wurden. Oh nein, wie konnte das bloß passieren? Achso, wegen Geld. Ach ja, klar, genau, deswegen konnte das passieren. Erinnert ihr euch noch an diese DAF-Kampagne? Fantastisch. Selbstreflektieren. Einfach mutig. Der Beginn eines revolutionären Wahrnehmungsschifts. Was sehen wir denn hier? Wir sehen gesunde Frauen in gesunden Körpern. Meint ihr etwa, dass 2010 das hässlich war? Dass Menschen sich 2010 dieses Bild angeschaut haben und sich gedacht haben, bäh, dass man sie umerziehen musste, dass sie das als schön erkennen konnten? Was wir übrigens nicht sehen können, sind Behinderung oder krankhafte Fettleibigkeit. Aber dazu später. DAF riskierte gar nichts und bekam dafür einfach ein Virtue-Orden angesteckt. Bisschen tokenartig eine nicht-weiße Hautfarbe mit reingemixt und Männer stehen da auch nicht. For fuck's sake. Also manipulativ as always. Aber irgendwie ist es niemandem aufgefallen. Und das steht stellvertretend für einen Großteil der Werbung, die darauf folgte. Und dass wir Werbung so viel Bedeutung in unserer Kultur geben, ist eigentlich auch schon sehr, sehr traurig. Aber was soll man machen? Die Message dahinter ist, du musst dich einfach nur selbst lieben. Also wenn du gesund und gut aussehend bist. Habt ihr jemals eine Werbung mit einem Einäugigen gesehen? Ich mein's ehrlich. Also habt ihr jemals eine Werbung mit einem Einäugigen gesehen? Ich frag wirklich aus Interesse. Eine Werbung, wo es nicht um Piraten geht oder um Monster oder irgendwelche Stereotypen, die dadurch dargestellt werden. Keine Bösewichte, keine Schorken, keine Zyklopen. Einfach nur ein Mensch unkommentiert mit nur einem Auge. Kennt ihr nicht, weil es sich nicht lohnt. Es gibt das Stereotyp der physischen Attraktivität. Menschen, die wir attraktiv finden, den schreiben wir unterbewusst sehr viele positive Attribute zu. Ob sie sie verdienen oder nicht. Wir können Leute auch aus anderen Gründen attraktiv finden. Beispielsweise aus Attitüdenähnlichkeit. Ich verlinke euch dazu mal eine Studie da unten. Just saying. Aber es gibt sehr, sehr viele evolutionäre Standards und ein paar, die kulturell geprägt sind. Und zu negieren, dass wir denen unterliegen, ist unwissenschaftlich. Also spart's euch bitte einfach gleich. Wenn sich Firmen gegen diese Standards entscheiden, kostet sie das automatisch Geld. Es macht für Firmen keinen Sinn, Werbung zu produzieren, die außerhalb dieser Richtlinien läuft, weil sie ansonsten einfach Geld verlieren. Und einer der entscheidenden Faktoren ist Symmetrie. Ein Auge zu haben, ist nicht symmetrisch. Ihr seht auf diesem Plakat von DARF eine Reihe von wunderschönen, gesunden und vor allen Dingen auch mit hübschen Gesichtern versehenen Menschen. Deswegen haben auch die Plus Size Models symmetrische Gesichter. Sie halten sich noch nicht mal an ihre eigene Message. Und ihr bemerkt es nicht. Ihr lasst euch von Firmen an der Nase herumführen, die so tun, als ob sie tatsächliche Diversität der Optik zelebrieren würden, obwohl sie es nach wie vor nicht tun. By the way, mir ist es persönlich völlig egal, ob es einäugige Models gibt. Ich fühle mich davon nicht unterdrückt. Ich fordere keine Quote, weil ich weiß, wie Werbung funktionieren muss. Dass dieser Glaube immer noch existiert, dass Firmen sich für Menschen interessieren. Leute, was ist los mit euch? Und dann merkt ihr, wie wir abgedriftet sind. Das führt einfach komplett an dem vorbei, worum es eigentlich gehen sollte. Kinder sollten lernen, drüber hinwegzusehen, wie andere Kinder aussehen. Und zu erkennen, dass sie, auch wenn sie anders aussehen, keine Menschen zweiter Klasse sind. Das ist die Grundsache, auf dem das alles fußen sollte. Und nicht, welche Firma verkauft mit welchem Virtue Signaling welches Produkt an wen. Fühl dich doch einfach schön, so wie du bist. Ja, sie schieben die systematische Verantwortung einfach weg, überlassen dir das Problem. Du musst dich fragen, warum du dich aber trotzdem nicht schön fühlst. Und dann verkaufen sie dir Make-up. Das ist genau der zynische Humor, auf den ich Bock habe. Die meisten Marken produzieren ihre Kleidung einfach für Mini-Größen und skalieren sie dann einfach nur hoch, weil ist uns doch egal. Noch absurder ist, dass manche Firmen, die mit Plus-Size-Modeln werben, diese Größen überhaupt nicht anbieten. Um genau zu sein, hat sich nichts verändert. Die Menschen, die tatsächlich ein bisschen Repräsentation und Unterstützung nötig gehabt hätten, werden nach wie vor ausgeschlossen. Weil man sie einfach nach wie vor für zu hässlich hält, um mit ihnen Geld zu verdienen. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt der ganzen Awareness. Wie weit sich Brands mit ihrem Virtue Signaling Anbietern und Produkte an Menschen verkaufen, während diese dann weiterhin Probleme internalisieren können. Womit für diese Menschen noch viel mehr Schaden erzeugt wird. Denn Body Positivity ist hart toxisch. Denn nachdem man jetzt verstanden hat, es liegt ja alles nur an dir, dass du dich schlecht fühlst, sei doch mal stolz, kam dann schon der nächste Zug. Was, wenn du dich nicht attraktiv fühlst, obwohl man es dir sagt, dass es an dir liegt? Was ist los mit dir? Das erzeugt Stress. Kann ja gar nicht sein. Denn jeder ist doch schön. Also muss es hier ja irgendwie dran liegen. Aber das ist leider irrational. Das ist ein unwissenschaftlicher Wunschtraum. Der Hintergrund ist natürlich, dass es für das Selbstbewusstsein gut ist, wenn man schön genannt wird. Und dass man mit mehr Selbstbewusstsein eben mit weniger psychischen Anstrengungen durchs Leben gehen kann. Das ist die gute Seite des Movements. Das ist das Unterstützenswerte. Aber es ist leider viel zu kurz gedacht und viel zu oberflächlich. Und es hat schlimme Nebenwirkungen. Wie man es besser macht, erkläre ich euch am Ende des Videos. Langsam wärme ich mich ein bisschen auf, muss ich sagen. Das Schlimmste, das Toxischste daran ist eigentlich, dass es ein identitärer Kampf geworden ist. Wer jetzt ein Problem mit diesem automatischen Stolz hat, der allem aufobtruiert wird, beispielsweise sagt, krankhafte Fettleibigkeit ist gesundheitlich bedenklich, der wird zum Unterdrücker erklärt. Allein diese Worte im Jahr 2022 auszusprechen, führt zu einem Shitstorm. Und das ist eine ziemlich offensichtliche Seite der Toxizität dieses Movements. Also ich bin sehr gespannt. Schaut in die Kommentare, mal sehen, ob ich recht habe. Und Aktivistin wie die Dame in dem 13-Fragen-Format beweist, dass ein Trend aus den USA mittlerweile nach Deutschland geschwappt ist. Nämlich das Abfeiern von ungesunden Verhaltensweisen und die orthodoxe Wissenschaftsnegation. Wir werden immer dicker und die Pandemie hat das jetzt wieder befeuert. Jeder dritte Deutsche hat während der Pandemie zugenommen, von denen im Schnitt 6,5 Kilo. Ah egal, du hast doch das Recht, dich schön zu fühlen. Nein! Rauf aufs Laufband! Werd das wieder los! Das ist die komplett falsche Botschaft! Kommen wir einfach immer weniger mit den Konsequenzen unseres eigenen Handelns zurecht? Hauptsache Safe Space? Scheiß auf die Konsequenzen? Ich habe da eine Theorie. Ist das vielleicht ein Trend, der deswegen entstanden ist, weil Influencer mehr Bestätigungen bekommen, wenn sie den Leuten einfach die ganze Zeit Honig ums Maul schmieren und ihnen nicht die unangenehme Wahrheit ins Gesicht sagen? Quasi Lügen für Likes, was so eine Art Kultur sich entwickelt hat? Ernsthafte Frage. Ist eine Theorie von mir. Es ist bequem, sich zu sagen, dass das Problem ja die Gesellschaft ist, die einem einredet, dass das falsch sei. Anzuerkennen, dass es die Biologie ist, die dir sagt, du killst gerade deinen Organismus, ist halt anstrengend und schmerzhaft. Ich meine, am Ende ist es jedermanns eigenes Problem. Wobei, wobei, die Konsequenzen tragen wir ja über die Krankenkassen alle gemeinsam. Also es geht ja noch weiter. Eine Studie aus dem Jahr 2018 kommt zu dem Schluss, dass diejenigen, die ihr Übergewicht und ihre Adipositas unterschätzten, mit 85% geringerer Wahrscheinlichkeit versuchten, Gewicht zu verlieren, als Personen, die ihren Gewichtstatus genauer identifizierten. Die toxischen Auswüchse dieser Bewegung gefährdet aktiv Menschenleben. Sehen nur ich das so? Und neben diesem Auswuchs, der mich einfach nur an Ideocracy erinnert, muss man sagen, dass Body Positivity einfach versagt hat. Beauty-Trends haben währenddessen weiter dazu geführt, dass sich Menschen schlecht gefühlt haben, dass sie sich gezwungen gesehen haben, einem favorisierten Körperbild anzupassen. Frauen auf der ganzen Welt haben sich an den Kardashians orientiert und sich Implantate in ihren Körper einsetzen lassen. Das war natürlich auch mit enormen Gesundheitsrisiken verbunden. Der Brazilian Butt Lift, ja, ist also mindestens eine der gefährlichsten Schönheitsoperationen überhaupt mit einer Mortalitätsrate von 1 zu 3000. Also nur weil ein bisschen curvy jetzt in war, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem krasse, krankhafte Auswirkungen nach sich gezogen hat. In den 90ern war übrigens das hier der Beauty-Standard. Der sogenannte Heroin-Chic. Guess what? It's back. Ein Aufschrei ging durch das Netz. Leichenartig dünn sein ist jetzt wieder im Trend. Findet ihr das schön? Ich bezweifle nämlich wirklich, dass die Allgemeinheit das überhaupt als schön wahrnimmt. Genauso wie die abstrusen Formen, die dieser Kardashian-Hype angenommen hat. Aber das ist egal. Es passiert einfach. Schönheitschirurgen wie beispielsweise Professor Dr. Mang können bestätigen, dass sich Frauen jetzt reihenweise ihre Implantate wieder entnehmen lassen. Beispielsweise auch Influencerinnen. Ja, die Melancholie, die wir jetzt alle spüren in diesen Tagen, die passt natürlich sehr gut zu diesem Heroin-Chic. Und Drogenmissbrauch ist ja nach wie vor ein glamouröses Thema in der Jugend. Also perfect match, nicht wahr? Make-up-Tutorials trennten, die vorgeben, wie man Augenringe vortäuscht oder wie man sich die Augen so schminkt, dass es aussieht, als ob man gerade geheult hat. Auf TikTok schlucken Kids das Diabetes-Medikament Osempic, was dazu geführt hat, dass es Versorgungsengpässe für wirklich Diabetes-Erkrankte gab. Die Anzahl neuer Essstörungen hat sich laut AOK zwischen 2010 und 2016 verdoppelt. Laut aktueller Studie des RKI sind es 21,9% aller Jugendlicher zwischen 11 und 17 Jahre, die an einer Essstörung leiden. Magersucht hat eine Mortalitätsrate von 5 bis 10%, meine Freunde. Unter den weiteren Kleidern der letzten Jahre verbargen sich dieselben Serious-Size-Models. Mittlerweile wieder unverblümt anorektisch. Der Heroin-Chic kommt wieder in Mode und alles ist so wie früher. Versteht mich nicht falsch, Leute. Ich finde es tragisch. Ich finde es absolut tragisch, dass Influencer, Firmen, Identitäre Gruppen diesen Begriff genommen haben und ihn missbraucht haben, um damit Geld zu verdienen oder sich ein besseres Ansehen zu konstruieren. Es wäre doch jetzt fair an dieser Stelle zu sagen, sie haben doch damit trotzdem positive Impulse gesetzt und in der Gesellschaft etwas zum Besseren verändert, oder? Sie waren schon von Anfang an auf dem Holzweg. Ich lehne Body Positivity ab. Denn auch mit Body Positivity hört eine Sache nicht auf und zwar, dass wir über die Attraktivität von Körpern sprechen. Wertung findet trotzdem noch statt. Nur, dass die Wertung jetzt quasi sein soll, jeder Körper ist schön. Aber das ist objektiv betrachtet völliger Unsinn. Nicht jeder findet alles schön. Nicht jeder kann reich sein. Nicht jeder kann überdurchschnittlich groß sein. So funktioniert das nicht. Das ist unlogisch. Dabei haben wir eine große Entwicklungsaufgabe vor uns, dass wir lernen müssen in der Gesellschaft, Körper nicht mehr abhängig zu machen von Fashion-Trends. Und das Auftreten von dem Heroin-Schick macht das jetzt nochmal sehr, sehr deutlich. Wir müssen anfangen, unsere Körper und deren Bedürfnisse ernst zu nehmen und da die Balance zu finden. Nicht die Schönheit, sondern die Gesundheit unseres Körpers muss im Zentrum stehen. Body Positivity hätte für Menschen wie mich da sein können. Für die, die nicht einfach mit einem Ernährungsplan beispielsweise ihr Anderssein verändern können. Und nicht für Menschen, die ihren ungesunden Lifestyle damit rechtfertigen. Und ich für meinen Teil kann unfassbar glücklich darüber sein, dass sich mein Gesicht eben doch nicht verformt hat, so wie die Ärzte das vermutet haben. Weil ansonsten würde ich hier nicht stehen und zu hunderttausenden Menschen sprechen. Dessen bin ich mir bewusst. Und die, für die diese Bewegung gar nicht da gewesen war, die haben sie toxisch und schädlich gemacht. Der Aufschrei, dass Heroin-Schick jetzt wieder in Mode kommt, der zeigt, dass ein gewisser Awareness entstanden ist. Die Erkenntnis, dass wir gesellschaftlich zu stark manipuliert werden. Und hier könnte Body Neutrality die Lösung sein. Positivity sagt, alle Körper unabhängig von ihrem Aussehen sind schön. Neutrality hingegen sagt, das ist völlig egal. Es spielt keine Rolle. Es ermutigt die Personen, sich darauf zu konzentrieren, wie ihr Körper funktioniert und nicht darauf, wie er aussieht. Das hier, der Körper, das ist ein eigener kleiner Fleischroboter, der dein Gehirn spazierend trägt. Und wenn der kaputt geht, hast du ein Problem, weil du da nämlich nicht aussteigen kannst. Also musst du dich drum kümmern und das Getriebe geölt halten. Im Gegensatz zu Body Positivity sagt die Neutrality aus, dass der Wert der Person sich nicht über die Äußerlichkeit definiert. Erst wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, haben wir es wirklich geschafft. Es ist absolut fantastisch, wenn du dich selber schön findest. Aber wenn du es nicht schaffst, zu Fuß in den zweiten Stock zu kommen, dann musst du dringend etwas für deine Gesundheit tun. Und was da auch mit drin steckt, für den Kopf ganz wichtig, dass man sich nicht immer attraktiv fühlen muss als Person. Es ist okay, wenn es Tage gibt, wo man sich eben nicht attraktiv fühlt. Dieser ständige Druck, der kann nämlich extrem frustrierend sein, vor allen Dingen, wenn von jeder Werbeplattform, auf jedem Instagram-Profil einem die ganze Zeit Hashtag Selflove entgegenkommt. Gerade wenn dann so Punkte dazukommen wie das Altern. Wir bewerten Attraktivität für uns, zwar subjektiv, aber wir bewerten sie. Und zu behaupten, dass wir das abstellen könnten, das ist Humbug. Was passieren sollte, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der uns diese Beurteilung bewusst ist. Also wir uns nicht einreden, dass wir diese Beurteilung nicht ziehen dürfen oder dass das, was wir denken, falsch ist, weil ja alle schön sein müssen. Sondern dass wir wissen, dass es eine subjektive Bewertung ist, aber dass sie für die Bewertung der Person als Mensch keine Rolle spielt. Dass wir lernen, das zu trennen. Und das ist, worauf Body Neutrality hinaus will. Das verlangt aber echte Entwicklungsarbeit von Leuten und deswegen ist es anstrengender, als einfach in den Kommentaren ein You Slay Queen zu schreiben. Das ist mir sowieso viel zu royalistisch. Moment, ich heiße Prinz, ich müsste mich eigentlich umnennen. Habe ich recht? Oder bin ich komplett verrückt geworden? Schreibt es mir mal. Ich habe jetzt gleich ein Auge auf die Kommentare. Und abonniere doch mal bitte diesen Kanal. Da du ja sowieso regelmäßig vorbeischaust, ist das einfacher für uns beide, denke ich. Bis denn, Tschüssikowski. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ab in die Kommentare.